Ich kann die Fledermaus-Kreatur verfolgen, indem ich auf ihre spezielle Echo-Ortungssignatur achte. Sie muss aufgehalten werden. Der Arkham Knight ist nur ein harter Kerl mit ein paar Söldnern. Two-Face, dem Riddler, zum Teufel sind alle Pinguinen. Die, die haben diese Stadt im Griff und daran wird sich niemals etwas ändern. Ich meine, irgendwo muss er sich ja verstecken, ne? Okay, da ist das Ende der Karte erreicht. Also, auf dieser Insel scheint er wohl tatsächlich nicht zu sein. Dann müssen wir tatsächlich wohl auf Founders Island nach Manbad schauen. Wobei ich das tatsächlich eigentlich nicht gedacht hätte. Ich hätte wirklich gedacht, dass Manbad sich irgendwo hier versteckt. Aber, na gut, man lernt halt nicht aus. Also, wir haben jetzt auf dem Weg Richtung Founders Island. Vielleicht finden wir ihn ja da. Und ansonsten, da vorne ist auch der Punkt, wo Ezreal ist. Dann machen wir wirklich das erst zuerst. Otisburg. Und hier sind auch noch ein paar Drohnen unterwegs. Hätte nicht gedacht, dass wir uns die Straße mit verfluchten Panzern teilen. Hm, 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 hm. Und wenn wir jetzt hier auch wieder ein paar Watchtower ausschalten. Was hat Scarecrow mit seinem Gesicht gemacht? War das Säure oder so? So, wo ist denn das gute Gerät, was wir aufschalten müssen? Zielperson verloren. Ich werde mich nach Verletzten umsehen. Du musst aufwachen. Na gut, die filmen wir schon noch, ne? Also, erst mal. Die sind direkt Sanitäter, ne? Oh, Batman. Er kam aus dem Nichts. Auf die Beine, wir haben hier Probleme. Batman ist noch hier. Ja. Oh. Oh. Und schnell weg hier. Wie viele sind noch da? Da unten sind zwei. Oh, die letzten beiden. Das war's dann auch schon wieder mit den Typen. Dann machen wir den Watchtower mal auch mal pratt. Habe ich da gerade einen Schrei gehört? Vom Man-Bed? Turm zerstört. Ihr könntet die Nächsten sein. Geht auf! Ja. Man-Bed ist irgendwo da hinten. Die Fledermaus-Kreatur hat eine spezielle Echo-Ordung-Signatur. Wenn ich genau darauf achte, kann ich sie verfolgen und zur Strecke bringen. Wo ist sie da? Da ist er. Ich hab dich. Mistfee. Da haben wir dich. Und indizieren. Das muss aber jetzt reichen. Komischer. Cash. Ich habe Dr. Langström erwischt und das Gegenmittel verabreicht. Bereiten Sie eine Isolationszelle vor. Ich bring ihn rein. Sicher? Ich kümmere mich dran. Und damit haben wir Man-Bed auch geschnappt. Jetzt müssen wir nur von der Insel kommen. Aber hier sind auch jede Menge Panzer. Er hat die Kacke. Ich meine, ja, wenn er sieht. Ich bin hier. Aber da haben wir schon mal die nächste Mission komplett abgeschlossen. Man-Bed ist damit auch im gesicheren Gewahrsam. Und da sind wir dann auch schon beim GCPV. Und wieder herrlich, wie ich mit dem Bettmobil umgehen kann. Auch hier alles kaputt hier. Hoffentlich ist er nur bewusstlos. Ach, nicht wirklich. Oh, er hat sich zurückverwandelt. Gerade als ich dachte, schon alles gesehen zu haben. Wird er wieder werden? Körperlich, ja. Das Serum hat sie verändert. Sie haben die Kontrolle verloren. Ich kann einem echt leid tun, ja, Mann. 15 Punkte haben wir. Was nehmen wir denn hier noch? Den nehmen wir mit. Haben wir noch was für ein Bettmobil, was nützlich ist da oben. Turmschaden wird erhöht. Sehr schön. Und den Rest sammeln wir erstmal wieder. Na gut, gehen wir erstmal raus. Ich hab zum letzten Mal mit ihr gearbeitet. Das ist dein Plan, wer narrensicher aufräumt. Okay. Der Knight wird seine Hände wieder um deine Kehle schließen, Batman. Am nächsten Mal bringt es zu Ende. Und raus hier. Dann schauen wir mal. Missionen haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Sachen schon erledigt. Das finde ich sehr cool. Die Feuerwehrmänner, da muss ich mich dumm und dusselig versuchen. Aber jetzt wird immer wieder Zeit, die Hauptstory wieder voranzubringen. Alles bricht zusammen, alles wird zerstört. Alfred, ich habe die Quelle der seismischen Aktivitäten entdeckt. Die Abstände scheinen kleiner zu werden. Ich weiß, was es ist. Und es ist nicht gut. Oh, Kacke. Die Pflanze. Die Pflanze. Sie konnte es nicht lassen. Schick deinen Wächs- und Schuhnrändler. Macht sie kalt. Du hast gerade deine Position verraten. Zeit, dass Scarecrow dafür zahlt, was er mir angetan hat. Ich hoffe, du bist bereit. Er wird alles gegen uns einsetzen, was er hat. Ich zerstöre seine Spielzeuge. So. Feind flackiert. Sir, ich habe die Kontrolle über eine Drohne verloren. Er überschreitet meine Befehle. Schild auf von Kleinheiten. Erledigt ihn. Rattler getroffen. War's das etwa schon? Du musst doch mehr zu bieten haben als eine Pflanze. Wie verzweifelt du sein musst. Batman hat eine Drohne zerstört. Sie ist zu stark für euch. Die Pflanze kämpft doch immer, Sir. Wir haben Verluste. Batman mag stark sein, Sergeant. Aber er braucht ein halbisschen Hilfe. Ich werde hier nicht wieder verlieren. Genau, das werden sie nicht. Meine Ranken werden sie zerquetschen. Verdammt. Ja, mittlerweile ist das jetzt ziemlich stark. Sir, hören Sie mich. Herr Verstand ist unter Kontrolle. Die Natur siegt immer. Ziel erwischt. Vorsicht, Stacheln. Das war's. Die Drohnen sind zerstört. Solange Batman Ivy beschützt, kriegen wir sie nicht. Ich habe Cobra-Panzer losgeschickt. Tötet ihn oder vertreibt ihn von der Insel. Oh, Cobra. Sie schicken was Größeres, um uns aufzuhalten. Werden sie nicht. Ich kann dir nicht weiterhelfen, Batman. Ich bin noch nicht stark genug. Da haben wir schon mal ein Cobra-Panzer. Ich schalte mal jetzt von hinten aus. Vier Stück noch, okay. Sollten wir hinkriegen. Oh, da kommt einer. Wie gehe ich da am besten ran? Da ganz rechts. Der ist ziemlich allein unterwegs. Ich habe all meine Augen, dunkler Ritter. Sie suchen nach dir. Drohne konnte kein Ziel ausmachen. Weiter mit der Patrouille, Kromane. Sir. Kommt's jetzt gleich vorbei. Dreht nochmal. Sehr schön. In meiner Stadt geht es kein Versteck. Sehr schön, da teilen sie sich gerade wieder auf. Ja, gleich sind es noch weniger, aber mal ab. Ich finde dich, Batman. Na, wo fährst du lang? Dann schalten wir die hier aus. Drohne offline. Zwei Cobras nähern sich. Batman, deine Zeit ist abgelaufen. Ich denke nicht. War genau dahin, wo ich sie gerne haben will. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Doch, kann ich wohl. Okay, 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 okay. Ich starte ein Rundum-Scan. Wenn ich dich finde, bist du tot. Bäm, bitch. Dorene verloren. Schicke eine Cobra als Unterstützung. Da unten ist sie. Ach, ist kein Daron. Ich kann die nicht stoppen. Wissen Sie auch nicht. Gebiets-Scan abgeschlossen. Hier ist nichts. So. Dann schalten wir jetzt die letzte Cobra auch aus. Na, dreh dich ruhig weiter. Und dann war es das jetzt für dich auch. Bäm. Ich sollte Ivy zurück zum GCPD bringen, bevor der Arkham Knight einen weiteren Angriff startet. Es ist hier zu gefährlich für sie. Nimm Poison Ivy auf. Na, dann machen wir das eben. Ich dachte, sie wäre da unten. Bald dunkler Ritter. Mein Auftritt ist rückten her. Da oben müssen wir hin. Du bist hier nicht sicher. Der Knight weiß, wo du bist. Du kommst mit mir. Das kann ich nicht. Sie schaffen es nicht allein. Brauchen mich. Sir, vielleicht werfen Sie besser einen Blick auf die Partition Bridge. Was ist denn da los? Der Red Wing hat den Cloudburst entdeckt. Er wird Scans zeigen, dass er bemannt ist und enorm viel Energie abgibt. Der Arkham Knight. Was? Ivy, runter! Die Hölle ist ausgebrochen. Schlimmer, als ich dachte. Meine Pflanzen sterben. Der Cloudburst verstärkt die Wirkung des Toxins. Du musst dieses Gerät zerstören. Sonst können meine Pflanzen Gotham nicht schützen. Du stirbst, wenn du hier bleibst. Wir sterben beide, außer du stoppst ihn. Was ist der Fall? Du musst du schreien. Du musst du schreien. Du musst du schreien. Du musst du schreien. Du bist das getrunken. Du bist nicht schreien. Du bist eine Schreie. jetzt geht es richtig zur sache das ja wahrscheinlich sollte man nicht mehr auf dem boden rumtun aber das war's für die folge das ist ja ein richtig heftiges folgen an diesmal ich hoffe die folge hat euch gefallen dann lasst wie immer ein like da und ansonsten bis zum nächsten mal bei batman arkham knight